hallo liebe freunde ja ich muss mich jetzt mal hier entschuldigen heute kommt kein video von gta online es kommt das morgen online ich bin leider gottes nicht dazu gekommen ich nehme sie auch gerade vom iphone auf ist es mega spät meine oma hatte geburtstag deswegen hatte ich einfach keine zeit ja ich würde mich da morgen auch noch mal ein bisschen genauer zu äußern warum das ganze und wie und überhaupt das ging es ging einfach alles nicht so wie ich wollte und ja deshalb gibt es heute kein video dafür morgen video und übermorgen video und ich hoffe ihr nehmt es mir nicht krumm deswegen hier ein ganz kurzer vlog dass ihr wenig so ein bisschen bewegt habt ja deswegen ich gehe jetzt ins bett und sagt gute gute nacht euch bis morgen dann macht's gut